Eventuell musst du dann halt hinter springen, sprinten, wenn du... Ja, wenn irgendwas ist. Wer hat mich gefragt, wie wir ein Trinkwerk schaffen am Boss und was denkt ihr? Sechs, sieben? Fahrzeug? Äh... Ja. Oh. Ich denke, alles personnel. Nein! Wo bist du hin? Also sieben. Chill-Boy, ne? Ja, aber die sind nicht so schlimm im... Rampen nicht ab. Oh doch, sie rampen doch ab, aber ist nicht so schlimm anscheinend. Die sind hier hinten irgendwie ein paar wenige, hab ich das Gefühl. Hm... Zonky, Tonky sind aus dem Vereinigen. Ja gut, Zonky ist ja eh nicht. Na, Tonky muss halt wegen P.I. vorne bleiben. Ja, dann macht sein wenig Sinn das Problem, ob er uns da ist. Ne? Ich muss halt immer sehen, wie viele hier hinterkommen. Aber kommst du? Aber sag mal, du kommst, ich komm auch. Okay, alles klar, ich bin am Laufen, Kollege. Bro, der Boss hat zacken, what the fuck. Du joggst, ich komme. Ich hab halt leider beim PTF-Test vergessen, wo der Boss bei drei Minuten stand, ob das hier oder drüben war. Und wenn das jemand im Log sieht, dann muss ich hier noch... Ja, vorne. Okay, dann sollte ich auf jeden Fall immer vorne eingeteilt sein, weil das dann wieder mein Drei-Minuten-Window ist für ein Boss. Können wir uns das dann auch für eine Fake schon mal merken. Das sieht maximal Scumbag aus, aber das muss genau auf CDs gegrippt. Das heißt, ich kam hier drüber und hab Instant Wings gepoppt. Geht mal Steine werfen, ihr Clowns. Ne, der Boss ist jetzt schon wieder vorbei. WTF, warum bist du hier drin? Haben wir oft zu beleidigen, Tio, ey. Genau, neuer Content. No, ähm, Upgrade. Äh, war da noch gar kein Blut, ey. Du bist Hunter, geh du Steine werfen, Digga. Ja, ich ja. Junge, willst du etwa... Wenn du hier an den Rand guckst, siehst du, dass ich hier... Die zwei DJ-Klassen flügeln sich durch Steine werfen soll, weil du wirklich... Was hier für DJ-Klassen? In anderen Ländern macht man das freiwillig. Oh, ha, 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 ha. Ich will vielleicht in die letzte Pause, ne? Ey, Magisch, wo warst du eigentlich am Sonntag? Äh, da kommt noch 20. Im Koma. Wie war der? Im Koma. Warum? Wir haben dich vermisst, du hattest deine Guides und sogar Aim-Spreads, die verlinkt. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe es war. Ich war nicht in der Lage. Pes hat mir einen Screenshot geschickt, wo in so einer Casual-Discord von so einem Eagle deine Guides verlinkt wurden. Ja, das haben wir auch geschickt. Wer bei dir das auch geschickt hat. Ja, hat er mir geschickt. Ja, Oli macht den ersten Song. Da müssen jetzt mehr rein, das geht nicht. Ja? Ja, da müssen Leute rein. Läufst du gerade auf? Läufst du mit der Maus? Da müssen fünf Leute mindestens rein, wenn ich bin hier drin. Ich glaub, Click to move. Ja, das müssen fünf Leute rein. Ja, das müssen fünf Leute rein. Ja, das müssen fünf Leute rein. Ich kann mich alleine rein. Philemon, stop backseating! Philemon Cringer. Wollt ihr denn nicht heute dabei sein? Er ist morgen dabei. Glaub mir, es war schon anstehend genug, ihn mit Kies dabei zu holen. Müssen ein Heiler wieder haben, oder? Außer, dass er dann irgendwann filmt. Nein, kein Heiler wieder, kein Heiler wieder. Das ist scheiße. Ach, falsches Petter, toll. Und? Sie bist am Schieben?